Ich will unbedingt, dass diese Wolken weg sind, damit die Sonne hier runter klatscht und dann dieser Nebel viel schneller weggedampft wird. Damit dann die Sonnenstrahl noch mehr runter klatscht und dann diesen Gras hier trocken macht, damit ich das hier aufsammeln kann. Also hier dieses getrocknete Gras wegpflücken kann und dann das als Decke benutzen kann. Und Matratze, genau. Das regt mich total auf, dass das hier alles nass ist. Das finde ich voll scheiße. Ich wollte es gemütlicher haben und nicht so wie in der letzten Nacht. Das regt mich total auf. Ich will mich aufwärben. Die Wolken müssen weg, die da vorne sind. Und das geht schon die ganze Zeit so. Ich will die Sonne haben. Das macht mich total böse. Das macht mich richtig sauer. Das ist eine richtig widerliche, fettige, voll Fettwolkendecke mit Fett dran. Die stört mich, die muss weg. Die muss die Sonne frei machen. Das muss auf mir drauf klatschen. Ich muss die Dreischepperung verspüren. Er soll mit kalten Fingern kaltes Wasser trinken. Damit mir noch kälter wird. Ich will das. Achherein. Tschüss.